Reiter. Die Reiter sind da. Wie man unschwer an seinem Namen erkennen soll. Ich müsste mir vielleicht auch noch YT und TTV hintendran zimmern. Ja, damit die ganz genau wissen. Ah, guck mal, der hat mich gerade gekillt. Mal gucken, ob der sich meinen Loot krallt. Alles klar, hat er sich genommen. Sprichst du von dir jetzt in der dritten Person? Ich muss für ihn eine Waffe zusammenbauen. Ja, genau. Er möchte wissen, wen er meint. Ja, für seinen Charakter. Ah, für seinen Charakter. Ich habe mich so ein bisschen an Far Cry erinnert. Far Cry gemischt mit Fallout. Fall Out. Fall Out. Oh! Hier wollen wir jemanden snipen? Was? Hallo! Immer wenn die Leute fragen, wie hast du heute geschlafen? Ja wie ein Motorrad, seid nicht auf den Schlender. Da muss ich doch mal an der Wetterstation hochgucken. Verkauft vom alten Matzer, Bleach, er hat sich seinen Arsch bleachen lassen. Können Sie von Markus Krebs sein? Markus Krebs ist ne geile Sof, hab ich mich gut gelassen bei dem Typ. Der Typ hat Witze drauf, aber ich bin kaputt gegangen in meinem Leben. Einer seiner besten finde ich ist der. Da bin ich letztens im Nüsburger Hauptbahnhof ausgestiegen. Da kam eine Prostituierte zu mir und meinte so, für 30 Euro mach ich alles. Dann sagte er so, dann hab ich sie mitgenommen, hast ihr bei mir Laminat gelegt. Ja. Jetzt kann ich den ganzen Scheiß weg zurücklaufen. Scheiße, ich dachte ich hätte ihm eine gedrückt man. Gehen. Hier rennt was. Nein, ich dachte ich hatte ihn schon. Alter nein. Ach man, bin ich doof. Ich dachte er war weg. Ich dachte ich hab ihn schon umgelegt. Ach man. Doch. Da waren das zwei wahrscheinlich, oder? so. Aber wir haben die eine Quest wenigstens geschafft, also. Ach komm, hör doch auf Alter, du willst mich doch verarschen. Niemals. Ui. Ohne Witz. Der hat mich niemals gehört. Der rennt da rum, macht einen Lehrmeister und kommt um die Ecke. Dann macht's aber diese Woche etwas faul. Was Tarkov im Streaming anbelangt. Am Mittwoch gab's leider Besuch. Meine Frau hat's mir wohl mal gesagt, ich hab's dann natürlich wieder vergessen. Und gerade am Mittwoch, äh, 17 Uhr, als ich von der Arbeit kam und mich gefreut hatte, dass ich streamen kann, hat sie mir den Wind aus den Segeln genommen und mir erst mal die Flügel gestutzt und gesagt, nee, wird heute nichts, junger Freund. Wir kriegen Besuch. Matze am Kotzen. Scheiße, 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 scheiße. Komm, zieh durch, Alter. Ah, Mist. Hat richtig viel Spaß gemacht. Naja, wir haben auch wenigstens was geschafft für dich. Ja. Bei mir ist heute sowieso der Ofen aus, von daher war's mal wieder schön, anderen mal etwas zu unterstützen. Liebend gern. War richtig toll. Also, ohne dich hätte ich mich nicht zurechtgefunden. Oli schreibt, dass der erste A-Drill drinnen sieht, diesen Vibe. Echt? Was? Oh, die hat wirklich eine. Was? Ja. Der Klaus kriegt also doch nicht. Manchmal sagt er auch die Wahrheit, ja, das stimmt. Das kann passieren. Oh, scheiße, Mann. Oh, das Gaff ist auf dem Ton. Rüben ist einer, Benji. Wo drüben? Schon, am Vakon. Nebst du noch? Ja. Hab ihn, hab ihn, hab ihn. Mhm. Schiss nach Sporn. Richtiger Kack Sporn. Richtiger, richtiger Mist. Es ist nicht Fisch, nicht Fleisch, dieses Sporn, aber das ist irgendwie... Kannst du in der Pfeife rauchen? Achtung, er kommt zurück. Oh, mich hat er. Oh, scheiße. Oh, ich hätte warten müssen, ich Idiot. Wahnsinnig. Die schießen wie die Wahnsinnigen. Und das ist, glaub ich, zwar noch ne Ecke weiter als das jetzt hier, bis zur Tanker. Ui. Ach guck mal hier, wie die liegen. Zwei Kopfschüsse für mich. Zack. Ja, hast du eine Deckung, weißt du? Zack. Achtung, pass auf, gleich kriegt Samurai'n Headshot vom anderen Stern. Ey, bewegen ist hier. Bewegen ist das Beste, was es gibt. Guck mal, mit deinem UN-Helm hab ich ja auch ein bisschen Mitleid, aber Matze sieht gut aus. Ich spring mal hier nicht rüber. Hier ist noch einer, Benji. Ja. Direkt hier bei mir wieder zurück. Ich hab nur noch ein halbes Magazin. Ja, schießt in den Schäbel. Nee, hab ich leider enttäuschen. Hast du verkauft oder was? Muss ich euch enttäuschen? Hab ich nicht. Nee, ich hab's damals geschafft, wo es auf war, die Tür. Ach so, ah, okay. Da war jemand im Raum drinnen. Ach so. Den hab ich leider nicht. Okay. Ich auch nicht, okay. Na gut, dann guck ich mal, was der kostet. Ich kann sagen, vielleicht ist nicht mehr so viel teuer. Nicht mehr so viel teuer, was ist das? Tschüss. Schon vor Stunden, ne? Ich hätte jetzt gelacht, wenn noch ein Schuss durch die Dunkelheit gepeitscht wäre und Samurai noch vor mir so... Gerade wenn ich so raus... Wenn's so dunkel wird und ich rausgehe, seh ich ihn noch zusammenbrechen. Alter, Benji, da kannst du gucken, wie gehässig der ist, ne? Da kannst du gucken, wie gehässig der ist, ne? Benji, wer wollte uns gerade Headshots verpassen? Ja, ich bin ja ehrlich und sage es, aber du wünschst es ja einem. Das ist die Schöne. Ja, ich bin ja auch ehrlich. Ich wünsche es dir. Ehrlich, offen und ehrlich. Da ist noch einer. Alter. Benji wird nicht fertig, komm. Nicht mehr. Der schreit wieder vorne am Strommast. Und hier ist der Nächste. Alter, jetzt reicht's mir auch jetzt. Schieß ich ja mit. Wobei ich hatte zwischendurch Angst um Benji, weil... Benji? Ich bin im Container. Ich komm mit raus. Hier vorne. Ah! Ich bin durch. Nein! Nein! Das kann doch nicht wahr sein. Ja! Ja! Scheiß doch! Hier kommt viel. Das sind jetzt Skeffs. Was vielleicht? Ich bin durch. Ach, das warst du, Dirk. Ey, das bin ich, Alter. Wir knallen uns ja gegenseitig ab. Oben ist ein Spieler. Da bist du da. Da ist der Teamteam des Tages. Nee, nee, nee. Ich hab Dirk erschossen. Glaube ich. Du gehst auch in die Apotheke und holst den Wikimain hinein. Da ist jemand. Hast du ihn? Nee. Gleich links, gleich links. Ich geh von der anderen Seite, Matze. Er reint hier vor. Matze. Was? Nee. Oh, mich hat er. Er ist stark gehittet. Er ist stark gehittet. Ich hab ihn. Du wo? Lebst du noch? Samurai? Ich spring hier oben rum. Nein, 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 nein. Mich hat er, aber ich hab ihn sowas von reingehauen. Er ist eine Granate geworfen. Er ist tot. Alter. Nee, das ist ein Skeff. Ja, oben, ja. Den hab ich schon. Mach ihn, hol ihn dir. Lieger. Ist tot. Okay, hinter der Tür stand er. Oh, Skeff, oben mit dem MG. Alter. Na gut, dass ich hier unten hocke. Der Hausmauer jetzt. Liegt, 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 liegt. Ah, ist tot, ist tot. Alter. Seit wann gehen die Pisser am MG? Ja, machen die. Na schon immer. Ich glaub mein Schwein pfeift. Das sind auch gute Schützen eigentlich. Ich geh schon mal rüber hier. Ich bin oben auf der Brücke und geh auch rüber. Das waren einige Skeffs. Das waren einige Skeffs. Elf Skeffs hab ich gekillt. Warte, gut. Ich muss ja bis zwölf killen, von daher. Warte, ich schmeiß mal dein Zeug schnell. Einfach von dir runter so. Ey, die letzten fünf Minuten. Oder soll ich? Ey, ich kann's eigentlich mitnehmen. Ja, aber es ist ja so, ne? Das, das, äh... Lass mich mal versuchen. Ja? Der muss ja irgendwo links auf der Straße sein, oder? Na dann. Nee, rechts. Richtung, Richtung. Ja, sorry. Ja. An den, äh... Tanks oder was? Rückmutter. Hörst du? Alle zu, gerade zu, ja. Alter. Der hat ja... Ich bin nicht fähig, Alter. Alles gut. Und wo ist? Direkt mit dem Arm abgeschossen, ne? Er ist tot. Er ist tot. Er ist tot, er ist tot, er ist tot. So, das... Du bist nicht fähig. Posterino. Ey, blockiert mich hier. Alter, ich wollte gerade die Tür zumachen. Da kommt der hier reingeschließt. Na, ich habe gesagt, ich komme hinter euch her. Da willst du mir die Tür vor der Nase zumachen. Stimmt, ich bin nicht fähig. Ja, hast du recht. Ich möchte schon die neue Leute erschienen. Irgendwie habe ich das Bedürfnis hier schon wieder. Was ist der Dank, wenn man dir mal ein Tetris gibt, ne? Ich wollte die Grafikkarte. Und dank war es. Ja, und dank ist der Weltenlohn. Gott gesagt. Jetzt erschießen wir immer. Okay. Werf mal eine Granate rein. Der hält sich für besonders schlau und hockt da oben. Achso, ihr seid jetzt im Stream. Na klar. Alle. Weißt du so eine Granate rein? Siehst du, Teichkraft ist auch auf meiner Seite. Alle außer ich. Alles Muschies, Junge. Muschies. Und Molusken. Weich, weichflöten. Und dich nenne ich gleich den toten Rucksackträger. Guck ihr, beim ersten Mal. Hast du es gesehen? Ja, Wahnsinn. So. Naja, ich auch, aber. Guck mal. Kein Akt. Ich weiß nicht, ob ich was gehört habe hier. Ich gehe wieder hin. Förster, du musst üben. Es ist wichtig, dass du Jumps beherrschst. Wir sind wieder der zweite Etage hoch. Jungs, ich weiß nicht, ob ich schon was gehört habe. Wo? Ich weiß nicht, ob ich schon was gehört habe.